Eine kleine Ordnungswidrigkeit reicht aus, um tief in deine Privatsphäre einzudringen. Pins, Passwörter und Zugangsdaten, auch zu Facebook und deinem Bankkonto sind nun kein Problem mehr. Wir wissen, dass du dich heute Abend verabredet hast. Wir wissen, dass du gleich mit deiner Freundin shoppen gehst. Wir wissen auch, dass dein Budget das eigentlich gar nicht zulässt. Tja, so wird unsere Zukunft aussehen. Wer dich, geh auf die Straße. 14. und 27.04. Bundesweiter Aktionstag mit Demonstration gegen die Bestandsdatenauskunft.